Hier rüber denn oder wie? Ja, jetzt sehe ich das. Der kommt mit auf den Film. Wir gehen ja so lang. Großer Tragplatz hier. Das ist ja wirklich schön mit dem Boden hier. Ja, der ficht aber ganz schön hier. Ach, die Kinder sitzen da oben drauf. Hier ist Röntgen oder was? Hier ist wohl Röntgen oder was? Ja, das habe ich mir auch schon bald gedacht. Ja, das ist ja wirklich schön. Ich habe den Kopf nur drauf. Ich laufe hier nochmal ein Stück. Ich komme dann wieder hierher. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, sehr traumhaft schön hier. 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 Gibt's Schlimmeres. Gibt's Schlimmeres. Gibt's Schlimmeres. da drüben oder was? Acht de joh! Oh, hier ist ein Haufen Technik und hier Handwerkszeug drauf. Ja, das ist wirklich so eine Reparierabteilung. Ja, wie ADAC für Autos ist das hier? Ja, würde man fast sagen. Diese Spitzdächer, das ist ja hier so am Wasser ja auch immer. Hier steht das Tor, da kann man einen Blick hier reinwerfen. Oh, ist das schön. Diese unterschiedlichen Häuser, das finde ich immer so schön. In Lingen war doch auch so in das Haus. In Lingen. Da war auch so in der Richtung so fast. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist zum Wasser hin, der Blick Hier wäre auch ein Kaffee Wenn es jetzt geregnet hätte, hätte man sich da einen Moment noch hinsetzen Hier kommt man auch zum Wasser hin Ja, wir laufen noch ein bisschen weiter Ja, klar Da ist das Museum bei den höheren Bäumen Ja Das ist hübsch hier der Ort Das ist hier keine Fußgängerzone, alles mit Autoverkehr Dafür sind die Ölte zu klein und dann auch an den Fußgänger zu Man kann ja nicht rundherum Ach, das geht ja nicht Das ist nicht so einfach Auch hier finde ich schön Das Auto einparken Das ist hübsch Das ist zum Wasser dann einfach so Fake hier ist sogar ein geschäft leer was großes hier ist das eine kirche oder was ist das jetzt ist er mit drauf das ist das museum ja hier steht es dran ja kannst du ich renne hier dann mal rum und bin gleich wieder da dann komme ich da rein also na denn ist gut dann mache ich dann hier aus das ist ja auch hübsch hier so und denn hier irgendwie rum sagte sie irgendwie hier rum jetzt die kirche oder was oder diesen weg ich laufe dann mal rum ich komme hier wieder her ja dann kann ich hier noch mal die runde hier mit aufnehmen was von der anderen sicht so 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 Schön. Das ist hier total verschachtelt hier. Wer soll denn... Ich dachte, man kommt hier wieder durch. Da. Nee, da kommt sie nicht durch. Das fehlt es filvoll. Das frykt är süpp. Schallt mann. Schallt Obrigator. Hier kommt man durch oder? Auch nicht. Ich sei wieder zurück. Tja, 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 tja. Tja, tja. Sehr hübsch. Ich bin hier wieder rein, irgendwo. ich stehe vor allem noch hier wieder rein Oh, das ist ein Riesenband. Oh, das ist ein Riesenband. Ach, da sitze. Ich gehe noch ein Stück. Ja, das finde ich ja gerade so romantisch hier. Das ist auch eine Idee, wie man Wäsche trocknet. Das ist ein Riesenband. Das ist ein Riesenband. Da ist der Leuchtturm auch. Oh, das ist sehr romantisch hier. Ich laufe mal hier ganz schnell runter und komme wieder hoch. Oh, ist das romantisch. Das ist ja bald wie Marburg. Das ist ein Riesenband. 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 Ja? Das ist ein Riesenband. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schön hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020